Gut, geht doch. So, jetzt zu dir. Scheiße, daneben. Wie viel Zeit hab ich noch? 80 Sekunden. Oh man. So, das sind jetzt meine letzten Leben. Mit dem muss ich gut spielen. Und was macht er jetzt? Er haut ab, oder was? Fick dich. Ja, genau, genau, genau. So macht man das ja als Vampir. Ja, er hat nicht mal die erste Ladung weg. Da schickt er schon die zweite, oder was? So, ja, cool. Eine Reihe hab ich abgezogen. Ich muss vorsichtig sein. Verdammt. Nein! Ey, jetzt fliegt der nur noch weg, oder was? Ist das ein hässlicher Boss? Ja, genau, treff mich. Ja. Gibt ja auch sonst nichts, was du zu tun hast, du Affe, ey. Nein, Mann! So eine Kacke. Ja, natürlich. Ja, flieg mir hinterher, du Wichser, Alter. Nein! Oh Mann, ey. Nimm das, komm, stirb endlich. Oh mein Gott. Wett, der trifft mich. Nein, der trifft mich. Oh, dafür trifft mich die Kacke. Ja, Mann. Toll. Jetzt hauen sie beide ab, oder was? Stirb einfach, stirb! Nein! Oh Mann, so eine verdammte Kacke. Ja, jetzt trifft mich seine blaue Hundescheiße, ey. Boah. Nimm das. Jawohl, und jetzt stirb. Schön. So, achso, jetzt kommt das wieder. So, oh ja, genau. Spiel ich scheiße, oder ist das einfach nur Pech? Wo willst du hin? Oh ja, jetzt kommt wieder, ja, genau. Stell mich einfach da hin, okay? Nimm das. Jetzt renn weg. Und zack. Und renn, jawohl. Und durch da. Bams. Also die Endgegner sind nicht leicht. Der letzte war leicht. Der war richtig leicht. Das muss ich zugeben. Ah, jetzt kommt wieder die Geschichte. Nimm das. Und. So. Das sieht diesmal sogar noch viel besser aus als vorher. Ja, genau, da trifft mich der Scheiß auch noch. So, komm, 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 komm. Jawohl. Nummer eins ist tot. Früher habe ich schon wieder einen Heilkraut. So. So, Vampurello. Nimm das. Kacke ist der Hund, wer. Der fliegt schon wieder weg. Aber diesmal liege ich gut in der Zeit. Diesmal ist nicht viel zu meckern. Ich habe noch einen Heilkraut. Ich habe noch ein paar Leben. Und er macht fünf Millionen von diesen Kugeln. So. Diesmal gewinne ich meinen Freund. Jetzt fliegst du wieder weg, du Affe, ey. So, komm her. Drei Leben habe ich noch, okay. Ey. Bleib stehen, Mann. Er ist kaputt. Jawohl. Geschafft. So, jetzt müssen wir Erik. Los, wir müssen zuerst die Bombe entschärfen. Schnell. Wie denn? Von hinten oder was? Soll ich gegenhauen? Ah, ich weiß wie. Na, was? War der Blaue jetzt richtig? Cool. Ich habe die Bombe entschärft. Gerettet. Lilly spricht aus deiner Tasche. Es tut mir leid, Will. Ich, ich konnte nichts wissen. Meine Knie zittert noch wie Espenlaub. Ich war wie versteinert. Eigentlich bin ich nicht feige, doch... Wenn es brenzlig wird, entschuldige, dass ich so lange in deiner Tasche war. Ja, toll, du bist immer noch in meiner Tasche. Wieder einmal hat Will mich gerettet. Richtig. Mal sehen, wie oft Will es noch machen muss. Wieder? Ja, ja, schön. Und jetzt kann ich dich in diese Grube werfen, sodass du nie wieder rauskommst? Was ist das? Aber ich wollte gerade sagen, noch ein Entgehen. Genau, jetzt kommen sie alle hier rein. Da, wo ich alle getötet habe, kommen sie her. Will, geht es dir gut? Will, äh, Lance. Will. Lilly ist noch... Ist nicht zu sehen. Was ist geschehen? Hier bin ich. Pum. Aus ihrer kleinen Pupsportal. Boah, die hätte mir... Äh, das wäre jetzt 2 gegen 2 gewesen. Aber nein, das ist ja so eine feige Sau. Die hätte mir wenigstens helfen können. Tut mir leid, dass ich euch so Sorgen gemachte. Will hat mich beschützt. Siehe da, Will wird langsam, aber sicher erwachsen. Das ist jetzt unwichtig. Lass uns... Lass uns lieber überlegen, wie wir von hier wegkommen. Gute Idee. Von jemandem namens Rama... Macht die Butter, weil da was haben wir einiges gehört. Will erzählt alles, was geschehen ist. Eine traurige Geschichte. Eine traurige Geschichte. Das arme Volk. Die eine Hälfte ertrank, die andere floh durch den Unterwassertunnel. Vielleicht schaffen wir es durch den Tunnel bis zum Festland. Prima Idee. Lasst uns von hier verschwinden. Durch den Tunnel, auf geht's. Durch den Tunnel, Tunnel, Tunnel. Tunnel, nö, 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 nö. So, und das hier ist eine weitere Ich-muss-kotzen-Zone-Szene- Und-immer-nur-Warten-Szene. Deswegen werde ich hier Schluss machen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruth. Ich bin Peace Out. Tschüss.